Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Wild Hearts. Ja, mal so ganz kurz ein bisschen Einführung über die Talismaner bzw. Talismane und halt wie man die ausrüsten kann, auf was man vielleicht so achten sollte. Zumindest mal meiner Meinung nach, gerade am Anfang des Spiels und was es generell zu beachten gibt. Also generell muss man halt sagen, hier bei eurer Schmiedin oder an dieser Werkbank könnt ihr dann hier Ausrüstung ändern. Und dann könnt ihr hier unter diesem Slot findet ihr dann alle Talismane, genauso wie die Rüstung, die ihr zum Beispiel ändern könnt, wenn ihr das dann halt eben wollt oder auch die Waffe. Ja und hier bei Talismanen, hier sieht man eigentlich schon schön alles auf einen Blick, deswegen habe ich das jetzt mal gewählt. Ausgerüsteter Talisman, dort sieht man alle fünf, die ich im Moment trage. Also da gab es auch unterschiedliche Meinungen in den Kommentaren. Ja, man kann nur einen tragen, nur drei tragen, vier tragen, ich habe alles gelesen. Nein, man kann insgesamt Stand heute fünf tragen, vielleicht kann man sogar irgendwann, wenn es einen Skill gibt oder eine Erweiterung oder was auch immer, vielleicht sogar sechs oder sieben tragen. Auf jeden Fall fünf kann man standardmäßig tragen. Und unten rechts seht ihr dann Kosten, 35 von 50. Das heißt, meine fünf Talismaner hier produzieren 35 Kosten von 50. Vielleicht kann man das auch erhöhen, diese Kostenanzahl. Das kann sein, dass das vielleicht auch über die Gebäude irgendwann zu erweitern ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Gebäudeerweiterung in der Stadt und so weiter, kriegt ihr eine Quest und so weiter und so fort. Denke ich mal, ist klar, kommt im Spielfortschritt automatisch. Ja und könnte sein, dass halt dieser Kostenmaximum, dass der hier erhöht wird. Ja und dann könnt ihr hier auf eure Talismane und könnt dann einfach gucken, okay, was möchte ich davon haben, was ist ganz gut, was will ich drin haben und so weiter. Und ihr seht dann auf dem Talisman, zum Beispiel jetzt hier auf diesem Jagd-Talisman, ein Talisman, der Erfolg bringen soll. Er stärkt die Fähigkeiten, Ukdemi oder Ukkemi-Fähigkeit und Fadenfreude. Und dann unten in der Mitte seht ihr dann auch noch Fähigkeiten-Details. Dort könnt ihr dann draufdrücken und dann seht ihr auch die Fähigkeiten, was das genau bringt. Ja und zum Beispiel in meinem Fall ist es jetzt so, dass ich hier Eisern drin habe und Ohnmachtserholung. Ist sicherlich generell nicht schlecht, könnte ich aber noch rausnehmen, mache ich jetzt mal. Das geht dann mit Entfernen X und jetzt könnte ich auch andere Sachen hier reinnehmen. Und das kann man zum Beispiel auch sortieren hier über Kosten, über Wirksamkeit. Machen wir das mal, was das Spiel so generell sagt, was da ganz gut ist. Ja und dann kann ich da verschiedenste Sachen mit reinnehmen, wie zum Beispiel das hier. Ihr seht ja, dort wo es gelb ist, die habe ich schon drin. Und da könnte ich zum Beispiel das hier mit reinnehmen und dann sieht man auch immer die Kosten. Die werden dann auch angezeigt. Zum Beispiel das Ding jetzt hier, Verteidigungstalisman, hat Feuerwiderstand und Versengungserholung drauf. Kann man uns auch nochmal angucken. Also sicherlich ganz geil, erhöht die Widerstandskraft gegen elementare Feuereffekte. Ist sicherlich nicht schlecht, kann man machen und hat dann Kosten 4 und Kosten insgesamt gehen dann gleich wieder hoch auf 35. So und dann sind alle anderen wieder ausgegraut, weil ich wieder 5 trage. Es kann natürlich sein, dass ihr irgendjemanden holt, zum Beispiel den hier reinnimmt. Der ist relativ teuer. Ja, habe ich den jetzt sogar günstiger da oben? War das nicht so? Der Ukdemi-Fähigkeit da irgendwas? Keine Ahnung, müsste ich noch gucken. Ja, auf jeden Fall, der kostet jetzt 19. Und wenn ich den natürlich jetzt rein theoretisch nur zweimal tragen würde, oder es gibt auch welche, die kosten 40 oder sowas, und dann kann ich natürlich nur einen Talisman oder zwei oder drei tragen, da muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen, was die Dinger da immer kosten und so. So kommt dann auch der Unterschied zustande, dass manche sagen, ja, ich kann aber nur zwei tragen, ich kann nur drei tragen oder sowas. Ja, was hat damit zu tun? Ihr könnt 5 von 5 tragen, wie jetzt hier oben drüber angezeigt, hier, wo mein Cursor ist. 5 von 5 und die Kosten dürfen insgesamt nicht 35 übersteigen. Jetzt können wir, wie gesagt, man kann verschiedenste Sachen dann hier sich raussuchen, wo man braucht, um gegen irgendwelche Monster zu kämpfen, oder wenn man hier Wasserwiderstand mit drin haben will, hier hätte ich jetzt Gesundheitsverstärkung und Wasserwiderstand drin, sicherlich nicht ganz so schlecht. Gucken wir mal, ob wir irgendwas rausnehmen können. Hier war Wasserwiderstand 2 drin, hier Luft nur 1, Eisern, Verteidigung generell ist nicht schlecht. Haben wir was anderes, was wir rausnehmen können? Das ist schon ein schlechtes Ding hier. Erdewiderstandskraft, hm, ja, hm, da würde ich eher da oben das rausnehmen mit Luftwiderstand. Hier das da, dann würden wir das rausnehmen, und da würde ich das hier vielleicht noch reinnehmen, weil an dem Punkt bin ich halt jetzt, dass ich viel Wasser- und Feuerwiderstand brauche, um halt dann gegen diese verschiedensten Monster da gut zu bestehen. Jo, und dann könnt ihr euch halt noch generell eure Gesamtwerte dann immer anschauen und so. Das hättet ihr wahrscheinlich da drin auch machen können, irgendwo, keine Ahnung. Ja, könnt ihr dann hier gucken, wie sind eure Feuer-Wasser-Widerstände, wie passt das Ganze? Ja, jetzt bin ich da überhaupt mal auf 0. Hier könnt ihr euch dann auch mit Y-Fähigkeiten-Details auch wieder alles reinziehen, was ihr da so drin habt in den verschiedensten Talisman. Da wird das auch gezeigt, aus welchen Quellen das Ganze kommt. Jetzt hier Feuerwiderstand, Verteidigungstalisman bringt das. Wenn ich jetzt noch andere Talismane an hätte, die das auch bringen, stehen da halt zwei, drei Stück drin. Wie hier zum Beispiel. Jo, so läuft das Ganze. Und so kann man sich dann relativ solide Builds bauen. Und so läuft das Ganze mit, wie rüst ich Talismänner aus und so weiter. Bis jetzt kann ich noch nichts Genaues dazu sagen, wo die Talismane da immer herkommen. Das müssen wir dann auch mal gucken. Und jo, ich wünsche euch was. Also wo sie speziell herkommen, wo sie verstärkt herkommen, wo man die vielleicht krass farmen kann, dazu kann ich noch nichts. Ich bekomme sie absolut random auf irgendwelchen Jagden. Ich konnte da jetzt noch nichts rausfinden, wie man das irgendwie verbessern, verstärken oder sonst was kann. Es gab ja das Gerücht mit dem Jagdarm da. Keine Ahnung. Mal ist es so, mal ist es nicht so. Wenn ich Jagdarm da, also wenn ich die Monster da schwäche, vielleicht mehrere Teile presche, vielleicht wird dann die Chance höher. Keine Ahnung. Müssen wir mal noch gucken. Werde ich mich noch schlau machen. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, so funktioniert es mit dem Ausrüsten der Talismane. Mit Kosten, mit Anzahl und so weiter. Und was die bringen und wie man sie sortieren kann. Einfach mal so die Basics. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018